Die jetzige Sendung ist eigentlich auf Kundenwunsch entstanden, denn immer mehr Kunden wünschen sich Sicherheit, ob in den eigenen vier Wänden, ob im Garten, man ist zu Hause, man ist nicht zu Hause. Man liest ja immer so viel heutzutage, da wurde wieder eingebrochen und bei der Nachbarin kürzlich auch, hast du das schon gehört? Ja, das sind so Sachen, die machen uns ein bisschen Angst, man fühlt sich nicht mehr wohl. Was ist, wenn ich mal nicht zu Hause bin? Heutzutage werden Einbrecher ja immer cleverer, kommen auf den Hintereingang oder Hinterhof, klettern irgendwie übers Fenster rein, wie auch immer. Wir möchten, dass sie sich wohlfühlen in ihren eigenen vier Wänden, ob sie zu Hause sind oder nicht zu Hause sind, denn wir haben das wachsame Adlerauge für ihre eigenen vier Wände und sogar etwas ganz, ganz Neues für den Außenbereich und das ist wirklich eine Granate. Aber was es ist, das verrät uns Ingo. Ja, wir fangen an mit unserer WLAN-IP-Überwachungskamera für drinnen. Das ist diese hier. Die sieht einmal schon mal sehr, sehr schick aus. Die können Sie einfach ins Bücherregal stellen. Sieht unauffällig aus und passt natürlich auch dazu. Es ist eine IP-WLAN-Überwachungskamera. Das heißt, Sie haben bei dieser Kamera, wenn Sie im Internet sind, Zugriff auf diese Kamera weltweit, weil diese Kamera sich mit dem WLAN ihres Hauses verbindet und dann das Signal, was sie sieht, an Ihr Handy weiterleitet, Ihr Handy oder Ihr Tablet. Und damit können Sie jederzeit sehen, was passiert gerade zu Hause. Sie hat hier oben auch noch einen SD-Karten-Slot. Das heißt, sie nimmt auch auf, was sie sieht. Du siehst jetzt hier schon im Zuspieler, was diese Kamera ganz besonders macht. Die ist nämlich voll beweglich. Das heißt, sie kann sich in alle Richtungen drehen, fast 360 Grad und dann eben auch noch kann man die hoch und runter stellen und sie hat einen Tracker. Das heißt, sie folgt demjenigen, der sich bewegt, davor eben hinterher. Die ist also komplett drehbar um 360 Grad und man kann sie auch noch hoch und runter stellen. Das können Sie natürlich ganz bequem über eine App machen auch. Aber sie macht es eben auch automatisch. Sobald sich etwas davor bewegt, fängt sie an aufzunehmen auf diese SD-Karte und sendet Ihnen gleichzeitig eine Nachricht. Hey, hier bewegt sich was mit einem Standbild. Und da oben haben wir gerade gesehen, hier oben kommt die SD-Karte rein und hier ist eben dieses Gewinde, dass sie sich komplett um sich selber rumdrehen kann und hoch und runter. Und dadurch hat sie eben diesen Bewegungsmelder, der dann auch noch den Leuten folgt, die sich davor bewegen. Das ist das ganz Tolle. Sie hat auch noch Nachtsicht. Sie hat hier einen kleinen Infrarot-LED drin. Das heißt, sie strahlt das Infrarotlicht aus und kann dadurch nachts sehen. Das ist für Menschen und Tiere nicht sichtbar. Aber die Kamera kann das eben aufnehmen. Ihnen entgeht gar nichts damit. Du kannst also wirklich von der Ferne im ganzen Raum umhergucken, beziehungsweise wenn sich etwas davor bewegt, kriegst du eine Nachricht, hey, es bewegt sich was mit einem Standbild und kannst sofort gucken, was da los ist. Das ist eben das Tolle dabei und das weltweit. Das heißt, wenn du im Urlaub bist und wenn du, was weiß ich, in Südamerika, Asien, irgendwo bist oder auch nur auf Mallorca, kannst du hier mit eben sehen, was bei dir zu Hause los ist. Das Tolle ist auch noch, und das ist der Clou, die hat auch noch eine Gegensprechanlage drin. Das heißt, du kannst mit dem, was sich davor bewegt, eben sprechen. Das heißt, du kannst einmal sprechen und auch hören, was derjenige antwortet auf der anderen Seite. Das würde ich jetzt bei Einbrechern vielleicht nicht unbedingt machen, aber da würde ich eher die Polizei rufen, aber sagen wir mal, du hast einen Hund. Ja, wir haben den auch für unseren Hund in Gebrauch. Also ich kenne die Kamera. Also erst mal dachte ich, bei 37 Euro, das ist ja irre. Da schlägst du sofort zu, am besten gleich zwei, drei Stück. Der Hund, der ist ein kleiner Dickkopf, den mein Partner und ich haben und der macht genau das, was er nicht soll. Und der ist eigentlich von uns immer 24 Stunden überwacht worden. Und das ist natürlich für uns Menschen sehr stressig, weil nicht immer ist man zu Hause. Und da hat die Hundetrainerin gesagt, jetzt lassen Sie den doch mal zu Hause, der macht schon nichts. Und ich hatte da Panik. Allein schon dieser, als sie gesagt hat, wir sollen den Hund alleine lassen, dachte ich, oh Gott, mein Sofa, meine Pflanzen, das kann ich nicht machen. Wir haben die Kamera aufgestellt, wir haben uns überwunden, wir waren dann kurz einkaufen, wir waren eine halbe Stunde weg und der Hund, wissen Sie, was der gemacht hat? Nichts. Der saß wirklich ganz brav in der Ecke, der macht also nur Sachen, wenn man da ist, weil er einen ärgern will. Aber das hat mir so diese Sicherheit gegeben, ob es jetzt für die Kinder ist, wenn man mal sagt, Mensch, wir sind eine halbe Stunde einkaufen, sind mal kurz weg, ja, ich muss was Kleines erledigen. Oder eben der Hund. Oder sie sind übers Wochenende nicht da. Zumal sie müssen sich ja nicht entscheiden, wo kommt die Kamera hin. Die Kamera hatte die 360 Grad Blickwinkel und das fand ich so toll. Weil der Hund, der bleibt ja nicht auf dem Sofa, wenn du sagst, bleibt er. Oder die Kinder bleibt in eure Spielecke. Und diese Kamera, das ist so clever, die verfolgt das Objekt der Begierde. Das ist der Wahnsinn. Ja, und es gibt dir halt Sicherheit sowas und das ist unbezahlbar, weil du weißt nicht, was dein Hund macht. Jetzt weiß ich es. Jetzt wachst du es und du bist beruhigt. Aber es ist natürlich auch toll als Babyphone zum Beispiel, wenn irgendwas ist zu Hause, dass die Kinder sagen, hey, dann kann man sagen, ich bin gleich zu Hause und kann die beruhigen, beziehungsweise sehen, ob überhaupt alles in Ordnung ist zu Hause. Und überhaupt, wenn man in Urlaub fährt, überhaupt mal sehen, ist da zu Hause alles in Ordnung, wurde eingebrochen, habe ich vergessen, den Herd auszumachen. Das sind ja immer so diese typischen Sachen. Ich kenne das, wenn man wegfährt und denkt, oh oh, habe ich den Fernseher überhaupt ausgemacht und diese Sachen. Das kann man hiermit eben alles sehen und wird davon auch noch alarmiert, wenn sich irgendetwas tut. Ich bin total begeistert von dem Preis, weil überleg mal, dass du auch noch gegensprechen kannst und das für 37,99 Euro. Allein die Technik, die da drin ist, würde locker von einem anderen Hersteller zwischen 200, 300 Euro kosten. Ich kenne solche Kameras. Ich habe sie mir vorher nie gekauft, weil ich es einfach zu teuer fand. Aber 37,99 Euro, überlegen Sie mal, Sie sparen 46 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfindung des Herstellers, wenn Sie jetzt zugreifen. Und das sollte Ihnen Ihre Sicherheit wert sein. Kleiner Tipp noch, am besten jeden Raum damit ausstatten, wo man zum Beispiel Bedenken hat, da kann jemand von außen einbrechen. Zum Beispiel Schlafzimmer oder Küche. Bei mir war das damals in meiner alten Wohnung, war das zum Beispiel beim Gästezimmer. Da wurde damals eingebrochen, weil das Fenster war ziemlich weit abseits. Das konnte keiner reinsehen. Und da wurde dann eben eingebrochen. Wäre mir hiermit auch nicht passiert. Und das ist eben das Schöne. Es gibt mir das sichere Gefühl, was ist, wenn ich mal nicht da bin. Und das für 37 Euro, da kann man locker gleich zwei-, dreimal zugreifen. Ja, und du kannst davon übrigens auch ganz viele kombinieren. Echt? Ach toll. Weil die nicht auf einer Frequenz senden, sondern über WLAN. Jede Kamera hat ihre eigene Kameraerkennung. Du kannst da zehn-, zwanzig-, dreißig Stück auch kombinieren mit anderen Modellen. Das ist alles die gleiche einfache App mit dieser tollen Rundum-Kamera, eine WLAN-IP-Überachungskamera mit Objekt-Tracking, die eben Sachen folgt, die sich davor auch noch bewegen. Die App ist übrigens kostenlos. Die ist auch ganz einfach verständlich. Das war mir persönlich wichtig, weil ich jetzt auch kein IT studiert habe. Und das kriegt jeder hin. Das ist eine tolle Kamera für Laien. Leicht verständlich. Ein super Preis für kleinen Geldbeutel. Funktioniert einwandfrei. Durch diese 360-Grad-Rundumsicht haben sie auch keinen toten Winkel mehr. Also das ist wirklich, mir liegt das sehr am Herzen. Greifen Sie dazu, weil Sie haben ja nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Das ist ein absoluter Mehrwert. Egal wo Sie wohnen. Man kann das zum Beispiel auch ins Gartenhäuschen aufstellen. Viele schlafen zwar im Sommer im Gartenhäuschen, aber die anderen Monate sind sie dann eben in ihrer Wohnung oder Fahrradkeller oder zum Beispiel in der Garage oder da, wo man zum Beispiel seine Mülltonnen lagert. Das kannst du überall aufstellen. Also das ist was ganz, ganz Tolles für den Innenbereich. Aber nicht nur der Innenbereich möchte überwacht werden, sondern auch der Außenbereich. Und da hast du uns auch eine Kamera mitgebracht. Ja, da habe ich die nächste mitgebracht. Die war schon ausverkauft. Jetzt haben wir sie wieder. Das ist unsere Outdoor-IP-Überwachungskamera. Auch diese Kamera verbindet sich mit dem Internet und sendet Ihnen dadurch, wir haben sie weltweit Zugriff zu. Können Sie sehen, was diese Kamera sieht? Die hat einen sehr großen Blickwinkel von 130 Grad. Full HD in Farbe natürlich. Das ist mit allen unseren Kameras. Die sind Full HD in Farbe. Das heißt, du hast da nicht wie, kennst du auch von Aktenzeichen XY oder so, wo da diese schummrige Schwarz-Weiß-Bilder sind. Hier hast du richtig Full HD-Farbaufnahmen eben. Das ist das Tolle da dran. Und hier, auch hier haben wir eben wieder diese Push-Benachrichtigungen. Wir haben eine Gegensprechanlage. Und das Tollste an dieser Kamera ist, die bringen sie außen an. Und sie haben diese zwei Möglichkeiten, das eben anzubringen. Wir haben einmal hier ein Stativ, wo die einfach raufgeschraubt wird, hier oben. Die wird dann hier einfach raufgeschraubt. Und wir haben hier diese Halbkugel. Sie sieht fast aus wie eine Halbkugel. Die wird hier an der Wand angeschraubt, ganz einfach. Und dann nehmen sie diese Kamera und die wird hier per Magnet dann gehalten. Siehst du hier am Ende? Dann kannst du sie in alle Richtungen stellen, wie du willst. Das Tolle hier an der Kamera ist, dass sie hier einen Akku hat, der ein Jahr hält. Das heißt, diese Outdoor-Kamera braucht kein Kabel. Sie laden einmal den Akku und können den ein Jahr bis zu einem Jahr lang vergessen. Sie nimmt alles auf auf eine SD-Karte und sendet ihnen die Push-Benachrichtigung. Das ist natürlich das ganz Besondere hier. Diese unglaublich lange Akkulaufzeit. Das heißt, das kann man auch mal im Schrebergarten tun oder wenn man sein Auto oder Boot einlagert. Einfach mit reinstellen und dann wird man immer gewarnt, wenn irgendetwas davor passiert. Natürlich auch für den Außenbereich. Ist eben kinderleicht anzubringen, weil sie keine Kabel braucht mit diesem tollen, tollen Akku. Sie hat natürlich auch wieder einen Bewegungssensor, der dann eben dann aufnimmt, wenn sich etwas davor bewegt. Sie hat ein 10 Meter Nachtsichtgerät mittendrin. Auch diese Infrarotstrahler wieder drin. Ist wetterfest. Das kann man auch schön als Wildkamera eben benutzen. Überall draußen, wo man eine Überwachungskamera haben will, eben ganz einfach über WLAN zu verbunden. Und sie haben weltweiten Zugriff drauf. Und soll ich Ihnen mal was sagen, wer jetzt denkt, brauche ich nicht? Doch. Alle sieben Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Alle sieben Minuten. Das heißt, in dieser Zeit, wo wir Ihnen zwei Kameras vorgestellt haben, wurde jetzt schon fast eineinhalb Mal eingebrochen. Schauen Sie mal, die Pressebox hat nämlich darüber berichtet. Ich finde, das ist ein ganz spannender Artikel. Da steht immer noch alle sieben Minuten ein Einbruch. Aufgrund der Corona-Pandemie suchten sich die Täter allerdings Alternativen zum klassischen Wohnungseinbruch. So nahm der Diebstahl aus. Aus Dachböden, Kellerräumen und Waschküchen, in denen potenziellen keine Bewohner anzutreffen sind, um 10,6 Prozent auf insgesamt 107.344 Fälle deutlich zu. Außerdem darf man nicht vergessen, dass über den ganzen Tag und das ganze Jahr verteilt noch immer alle sieben Minuten ein Einbruchsversuch unternommen wird. Gut gesicherte Türen und Fenster sind also immer noch ein Muss. Alarmsystem und Videoüberwachung als Sicherheitsplus. Eine von außen sichtbare Videoüberwachung bieten einen cleveren Rundumschutz. Der potenzielle Einbrecher abschreckt. Und das ist wirklich was Tolles, dass wir Ihnen das jetzt hier anbieten dürfen. Dieses kleine Geld, du hast gesagt, die ist vergriffen. Die kommt aber in wenigen Tagen wieder. Also am besten jetzt schon mal vorbestellen und dann sichern Sie sich auch den TV-Sonderpreis. Weil auch wenn die dann wieder da ist am 28.05., die wird uns sofort auch wieder aus den Händen gerissen werden, ne? Ja, die ist so beliebt, weil sie eben einerseits so diese ganzen technischen Vorteile hat, dass man die weltweit steuern kann, weltweit sehen kann, was ist überhaupt zu Hause los. Sie nimmt automatisch auf, wenn sich etwas davor bewegt. Und eben das Tolle ist, diese unglaubliche Akkulaufzeit und man keine Kabel machen muss. Das ist ja sonst, wenn du so ein Überwachungssystem installieren willst, musst du Kabel legen, irgendeine zentrale Steuereinheit. Und das ist sehr kompliziert. Dies hier kann wirklich jeder mit diesen Halterungen, die ich Ihnen gezeigt habe. Ich finde diese Magnethalterung toll, weil wenn dann der Akku mal geladen werden muss, dann ziehe ich sie einfach ab, stecke sie für drei, vier Stunden an ein Netzteil und dann kann ich sie wieder weiter benutzen. Das ist halt das Tolle an diesen Kameras. Hier sieht man mal die Halterung. Und hier, ich habe das jetzt mal hier diese App tatsächlich bei mir auf dem Handy drauf. Da können Sie tatsächlich sehen, was für ein tolles Bild diese Kamera hier macht. Wenn wir da mal rangehen können. Das ist also Farbe in Full HD und wenn ich diese Kamera jetzt eben, kann ich jederzeit, egal wo ich bin, mit dieser einfachen App hier eben meine Kamera sehen. Das ist der absolute Wahnsinn, was heute eben technisch möglich ist, ohne jetzt ein Experte zu sein. Das kann wirklich jeder diese Kamera anbringen, weil man muss sie wirklich nur aufhängen und ins WLAN anbinden. Die Einrichtung ist kinderleicht. Sie nehmen die ab, sie laden sich die App runter, die ist natürlich kostenlos, verbinden sie mit der Kamera und schon geht's los. Man kann alles sehen in Full HD, in Farbe, mit Ton, wird alles auf eine SD-Karte, die hier hinten steckt, drinsteckt, eben aufgenommen. Ein fantastisches, fantastisches Gerät. Es wundert mich überhaupt nicht, dass die ständig ausverkauft ist bei dem Preis. 75 Euro. Und bedenken Sie, da sind beide Halterungen auch mit dabei. Also da ist an alles gedacht. Ich finde, der Preis ist super. Sie können natürlich auch die erste Kamera für den Innenbereich bestellen und die zweite für den Außenbereich. Man kann die auch wunderbar kombinieren. Sie haben es ja gelesen hier, dass Einbrecher immer cleverer werden. Und wie gesagt, ich kann Ihnen da nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei mir in meiner Wohnung in Berlin wurde damals eingebrochen und ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in den eigenen vier Wänden. Das ist so ein bisschen Kopfsache. Man hat sich nicht mehr wohlgefühlt. Und allein diese Vorstellung, dass man sich bei sich zu Hause nicht mehr wohlfühlt. Das ist unschön. Lassen Sie es nicht erst so weit kommen. Ein persönlicher Raum, in dem eben eingedrungen wird von außen. Und das möchte kein Mensch. Mit dieser Außenkamera können Sie alles genau sehen. Sie können so viele aufhängen, wie Sie wollen. Alles mit der gleichen App. Und das Tolle ist halt, Sie können es auch auf Ihre Mülltonnen richten oder auf Ihren Garten, wenn Sie sehen wollen, wer hat jetzt an meinen Mülltonnen rumgespielt. Vielleicht haben Sie Graffiti-Probleme. Das sehen Sie, wer das gemacht hat. Oder wenn der Hund vom Nachbarn draufmacht. Ist ganz egal. Sie können alles mit dieser Kamera sehen. Die Bestellnummer ist die NX 49 59 und die 569. Hier sehen wir auch noch mal die vielen Anwendungsbeispiele. Also auch wenn man zu Hause ist, es kann ja immer mal sein irgendwie, dass die Einbrecher dann sich so leise reinschleichen. Aber es ist natürlich auch schön für die Überwachung der Kinder oder für Haustiere oder wenn sie eben mal länger nicht zu Hause sind im Urlaub. Es ist einfach, bei dem Preis überlegt man einfach nicht lang. Greifen Sie jetzt zu. Bald ist sie wieder lieferbar und auch die hat zwar einen Hochleistungsakku, aber auch die muss irgendwann mal wieder aufgeladen werden. Ein Ladekabel ist dabei und ein Netzteil, das bieten wir jetzt noch für kleines Geld an. Ja, wir haben dieses tolle Netzteil hier für Sie. Es ist weiß, passt also farblich auch im Design dazu. Seien Sie clever, bestellen Sie es zusammen. Passt für beide Kameras. Ein weißes USB-Netzteil, ein USB-Netzteil, das ist ein universelles. Das heißt, das können Sie natürlich auch für Ihr Handy benutzen, für Ihr Tablet, für Ihr E-Book-Reader und für so kleines Geld kann man das einfach mitbestellen und kann man nie genug haben. Die Bestellnummer ist die PX2421 und die 569 und wie du schon sagst, so ein Ladekabel, ein Netzteil für 5,69 Euro ist wirklich kein Geld, weil mittlerweile hast du ja dein Handy, was noch darüber geladen wird und das Tablet auch noch. Also das sollte man immer mal haben. Die verliert man ja auch ganz gerne mal oder vergisst sie oder verborgt sie und bekommt sie nicht wieder zurück. Also 5,69 Euro, da haben viele Kunden auch gleich mehrfach zugegriffen, weil ich weiß, im Elektrofachgeschäft sind die deutlich teurer. Da zahlst du das auch mal gelockert 10 Euro. Und wir machen weiter mit Überwachung und jetzt mit einer Pantilt-Überwachungskamera. Was verstehe ich denn darunter, Ingo? Das ist unsere Katalog-Neuheit. Wir hatten letzte Woche TV-Premiere einmal und die ist schon weggegangen. Man sagt wie warme Semmeln, weil das eine Kamera ist, die wirklich alles kann. Das ist eine Outdoor-Pantilt-Kamera. Hier haben wir sie mal aufgehängt. Das ist jetzt bei uns im Studio. Da können Sie sehen, die hat auch kein Kabel, sondern versorgt sich eben mit Strom über dieses Solarpanel, was dabei ist. Das ist eben das Tolle an dieser Kamera, dass sie absolut stromunabhängig ist. Sie brauchen wieder keine Kabel zu verlegen. Und sie hat hier unten auch wieder dieses Gelenk, dass sie in alle Richtungen gucken kann, nach oben, unten und im Kreis rum. Ihr entgeht nichts. Sie können die steuern, dass sie also auch von außen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, können sie alles sehen, was sich vor dieser Kamera, unter dieser Kamera, über dieser Kamera, neben der Kamera befindet, weil sie eben per Fernsteuerung die Kamera drehen können. Auch diese hat wieder einen Bewegungssensor und eine Tracking-Funktion. Das heißt, wenn sich etwas vor dieser Kamera bewegt, folgt diese Kamera. Das Kameraobjektiv folgt dem, was sich bewegt. Das ist so toll, weil da geht wirklich nichts, weil sie hat hier diese Bewegungssensoren. Das Irre jetzt noch an dieser Kamera, das ist schon mal alles sehr, sehr gut, natürlich auch mit WLAN, dass man keine Kabel verlegen muss. Diese Kamera, und das habe ich noch nie gesehen, hat tatsächlich auch einen Radarsensor. Das heißt, die sieht Sachen, also die merkt, wenn sich etwas hinter einem Gebüsch, hinter einer Mauer bewegt. Und wenn ihr dann nur ganz kurz in der Mauersvorsprung hervorscheint oder ganz schnell an der Kamera vorbeirennen will, ist diese Kamera schon bereit und nimmt das auf. Das heißt, die sieht, dass sich etwas bewegt, bevor sich etwas in ihrem Objektivbereich bewegt. Das ist eine sogenannte Radarsensor, der durch Hindernisse durchgucken kann. Das ist Wahnsinn, oder? Und das ist für 123,49 Euro, das ist ja ein super Preis. Zumal du hast ja nicht mehr mehr Folgekosten, die lädt sich ja automatisch. Wir kommen hier übrigens von einem unverbindlichen Preisempfehlungshersteller von 270 Euro. Und da steckt so eine ausgeklügelte Technik dahinter, da würdest du locker woanders auch 300, 400 Euro ausgeben. Ja, und hier sehen wir mal das Bild. Das ist übrigens die gleiche App, die wir für die anderen Kameras haben. Die nennt sich Elysion. Jetzt kann ich diese, du siehst, wir beide sitzen hier. Und dann kannst du tatsächlich hier das Bild auch groß machen, natürlich. Wenn ich hier auf diesen Großschalter gehe. Und dann sehen wir es hier eben. Oh, da stehen wir auf dem Kopf. Da stehen wir auf dem Kopf, dann drehe ich es mal richtig rum. Aber sogar bei dem Bild hier kannst du reinzoomen. Oh, das ist mein Ohr. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Du kannst hier richtig mit der Kamera, guck mal, in was für einer Auflösung die das macht. Das ist der absolute Hammer, was man mit dieser Kamera machen kann. Da winkst du gerade. Und das Tolle ist eben auch noch. Ich weiß, ich mache es ja auch gerade. Das ist eben diese Farben und diese brillanten Farben dafür. Wenn ich das jetzt wieder normal mache, das Bild, sehen wir, dass wir hier unten diese ganzen Steuerungen haben. Hier habe ich die Gegensprechanlage. Und hier kann ich tatsächlich, wenn ich hier raufgehe, die Richtung verstellen. Wenn wir jetzt mal die Kamera zeigen wollen. Also ich halte es mal hier daneben vielleicht am einfachsten. Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu schnell für die Kamera. Ich halte es mal hier daneben. Wenn ich das hier jetzt draufdrücke und bewege, sehen Sie, dass sich die Kamera bewegt. Und das ist eben das, was hier das Tolle ist, dass ich diese Kamera von draußen eben steuern kann. Es ist wirklich der Hammer. Wir haben noch einen Artikel, glaube ich, sogar. Über die steigende Videoüberwachung, weil das wird immer wichtiger, das Thema. Die Zahl der Überwachungskameras in Deutschland nimmt rapide zu. Durch die Bereitstellung von günstigen und konsumerfreundlichen Geräten ist die Nachfrage zum Nachrüsten in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Aber auch die immer wieder steigenden Einbruchszahlen lassen die Immobilienbesitzer aufrüsten. Laut den Statistiken des Bundesverbandes für Sicherheitstechnik steigt die Beliebtheit von Überwachungssystemen jährlich um mehrere Prozent. Und das stimmt auch. Ich habe das auch festgestellt, dass immer mehr Hauswänden so eine Überwachungskamera ist. Aber wenn du die Besitzer dann fragst und sagen, ja, habe ich mir für 300, 400 Euro gekauft. Und jetzt schauen Sie auf unseren Preis. 123,49 Euro ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um zu sagen, Mensch, da kaufe ich mir vielleicht sogar noch, wenn Sie jetzt ein Haus besitzen, eine zweite und eine dritte. Dass ich wirklich jede Eingangstür oder Hauseingangstür oder Hintereingangstür oder vielleicht auch Terrassentür mal überwachen kann. Weil man will ja auch nicht in der Nachbarschaft der Einzige sein, der keiner hat, oder? Weil da ist man ja angreifbarer, oder? Ja, wenn irgendein böser Finger kommt und er sieht an drei Häusern eine Kamera und an einem nicht, dann dürfen Sie dreimal raten, wo der versucht einzusteigen. Diese Kamera ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was diese Kamera nicht hat. Sie ist wetterfest, kabellos. Man kann sie von überall sehen. Überall, wo Sie auf der Welt sind, können Sie durch diese Kamera nach Hause gucken. Überlegen wir sich das mal. Und auch noch rumgucken und Gegensprechanlage, es ist alles dabei. Auch wenn jetzt mal der Postbote kommt und Sie sind ganz kurz weg, können Sie das sehen und sagen, hey, ich bin gleich wieder da. Oder lassen Sie es vor der Tür stehen, ich bin gleich wieder zu Hause. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, natürlich gegen Einbruch, aber eben auch, um zu sehen, was passiert bei mir vor der Haustür, wenn ich nicht zu Hause bin. Das ist eben das Wichtige, dass man das alles hier mit sehen kann. Wie gesagt, Sie haben hier sogar Nachtsicht dabei und das sogar 30 Meter. Da sind also diese Lampen, die Sie hier sehen, das sind diese LED, diese Infrarot-LEDs, die also richtig doll dieses Infrarotlicht strahlen, womit Sie bis zu 30 Meter weit gucken können. Diese Kamera lässt keine Wünsche offen. Es ist das absolute Spitzenmodell, nagelneu bei uns im Katalog. Ich bin absolut begeistert davon, weil sie eben auch so einfach zu bedienen und installieren ist. Ja, und vor allem, das ist ja eine hochwertige Solarzelle, da reicht der Tageslicht auch aus. Jetzt ist es ja momentan so, dass die Sonne noch nicht so viel scheint. Dann wird die Kamera trotzdem geladen und das ist wirklich was ganz Besonderes. Da ist ja an alles gedacht, da können Sie sorgenfrei auch mal länger in den Urlaub verreisen. Hauptsache, Sie haben ein Handy mit dabei, damit Sie sich das auch auf der App anschauen können. Aber das ist natürlich auch eine intelligente und ausgeklügelte Technik für kleines Geld. Ja, und das ist sogar bei uns in Deutschland, weil der Akku hier hält auch wieder ein Jahr oder länger, wenn wir diese Solarzelle, also wenn es den ganzen Winter über die Sonne nicht scheint und den Sommer dann auch nicht, was nie passieren wird, haben Sie trotzdem noch Strom hier durch die Solarzelle, die Zelle der Tageslicht reicht, die auch noch einen super starken Akku drin hat. Das heißt, dieser Akku hält auch tatsächlich auch wieder ein Jahr. Bei der Kamera ist an wirklich alles gedacht, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Du hast ganz recht, das hier sind monokristalline Solarzellen hier oben, neueste Technologie, sehr energieeffizient und Sie bekommen alles zusammen in einem Paket für 123,49 Euro zum TV-Sonderpreis. Ja, der beträgt 123,49 Euro. Sie sparen jetzt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 54 Prozent. Da lohnt es sich auch zuzugreifen. Da lohnt es sich vielleicht auch gleich mehrfach zuzugreifen. Wir hatten ja genannt, wenn Sie einen Schrebergarten haben, so ein Ferienhäuschen, wo Sie sich vielleicht auch nur in den Sommermonaten aufhalten, wenn es warm ist. Oder vielleicht sagen, Mensch, jetzt wo es hier so kalt ist in Deutschland, wir verreisen dann auch mal so für ein, zwei Monate. Da haben wir vielleicht woanders noch ein Häuschen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Oder vielleicht auch für Camper, die dann länger mal weg sind. Du kannst das ja überall anbringen und sorgenfrei. Man muss niemanden dafür kommen lassen, weil das Ganze wird eben hier betrieben durch die Solarzelle, durch die erneuerbare Energie. Sie brauchen einfach nur ein paar Schräubchen in die Hauswand oder wo auch immer rein, machen fertig. Ja, und gerade wenn man jetzt, jetzt fängt die Urlaubszeit an, die Leute fahren mal wieder weg, ob es jetzt das lange Wochenende ist oder tatsächlich mal zwei, drei Wochen, wenn wir dann auch mal wieder fliegen können oder eine Kreuzfahrt machen. Sie haben immer ein Auge auf zu Hause mit dieser einfach zu installierenden Kamera. Perfektes Bild, kriegen Push-Nachrichten, wenn sich etwas bewegt und haben eben noch die Gegensprechanlage drin. Das stimmt. Die Bestellnummer ist die ZX 5034 und die 569. Greifen Sie da ruhig jetzt zu, weil der Preis ist fantastisch. Wir wissen auch nicht, wie lange wir diese Kamera noch vorrätig haben werden. Die Nachfrage ist auch hier heute schon sehr, sehr groß. Das zeigt uns natürlich auch, dass Sie sich immer mehr Sicherheit wünschen. Man liest das ja auch jeden Tag fast in der Zeitung. Man schlägt morgens die Tageszeitung auf, dann liest man schon wieder, ah, in der Ortschaft wurde eingebrochen und die Einbrecher sind immer noch nicht gefasst. Warum? Weil es eben am Videomaterial scheitert oder an dem Beweismaterial. Gespeichert wird das Ganze auf eine Speicherkarte und auch die können Sie jetzt günstig dazu kaufen. Genau, wir haben hier eine fantastische Intenso-Marken-SD-Speicherkarte. Die geht in alle drei Kameras, können Sie für alle drei Kameras benutzen, mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Sie ist Class 10, das heißt, sie ist sehr schnell, sie nimmt blitzschnell Fotos und Videos auf. Das ist ein super Preis für 128 Gigabyte. Da haben Sie mit Sicherheit genug Platz, um alles aufzunehmen, was sich vor Ihrer Kamera bewegt. ZX 2798 und die 569 ist die Bestellnummern. Wenn man den Preis sieht, würde man glaube ich nicht vermuten, dass da 128 Gigabyte drauf passen. Also bei 23 Euro denkst du, okay, ist eine kleine Speicherkarte. Nee, also 128 Gigabyte, da passt ordentlich was drauf. Zumal ist es Markenqualität von Intenso. Und aufgrund der hohen Nachfrage, Ingo, würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen. Ja, wir fangen an mit unserer Kamera, die, das ist diese hier. Die 360 Grad. Die 360 Grad Kamera, die eben auch hier alles sehen kann, weil sie sich drehen kann und hoch und runter, diese Pump-Tilt-Funktionalität nennt sich das. Sie folgt Sachen, die sich davor bewegen, nimmt das alles auf, auf eine Speicherkarte, die Sie hier oben reinstecken. Und Sie können natürlich weltweit drauf zugreifen, weil sie mit dem WLAN-IP-Internet verbunden ist, kinderleicht zu installieren. Unser Bestseller, die WLAN-IP-Überwachungskamera mit Objekt-Tracking. Kann ich Ihnen nur empfehlen, für 37,99 Euro macht man einfach alles richtig. Der Preis ist sensationell. NX 44,90 und die 569, wie gesagt, ich habe es jetzt mit meinem Partner zusammengeholt für die Überwachung des Hundes. Sie vielleicht für die Überwachung Ihrer Kinder oder was auch immer Sie überwachen möchten. Hier gibt es keinen toten Winkel mehr durch diese 360 Grad Rundumsicht. Sieht auch noch ganz witzig aus. Und dann hattest du uns noch eine Kamera gezeigt für den Außenbereich. Die ist derzeit ausverkauft, weil die so beliebt ist, kommt aber in wenigen Tagen wieder. Das ist eine Kamera für den Außenbereich. Das Besondere hier ist, es ist Außenbereich, braucht aber kein Kabel, weil sie einen Akku drin hat, der ein Jahr lang hält. Sie ist kinderleicht zu installieren mit diesem Halbkugelhalter, der magnetisch ist. Das heißt, wenn der Akku mal alle ist nach einem Jahr, ziehen Sie sie einfach ab, laden den Akku drei, vier Stunden, setzen es wieder ran und haben für ein Jahr wieder Strom. Eben über WLAN, IP und nimmt auch alles auf eine SD-Speicherkarte auf. NX 49, 59 und die 569 ist die Bestellnummer. Da sind beide Halterungen schon mit im Preis in Begriffen. Also das ist ein super Preis, ist wirklich eine tolle Verarbeitung. Damit werden Sie lange, lange Freude haben. Aber wie gesagt, nicht erst bis Ende Mai warten, sondern jetzt schon mal vorbestellen. Dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis und selbstverständlich die Verfügbarkeit unserer Outdoor-Kamera. Und zu guter Letzt die brandneue Kamera mit einer Solarzelle. Die hat sie auch mir angetan. Ja, das ist, also ich finde, ich weiß wirklich nicht, was man besser machen könnte an einer Kamera. Das ist auch eine Außenkamera. Sie hat auch dieses Pan-Tilt. Das heißt, Sie können immer dahin gucken, wo sich was bewegt. Fernsteuerbar sehen das auf Ihrem Handy oder Tablet mit dieser tollen App. Wir haben die Bilder vorhin gesehen. In Farbe, in HD. Es sieht einfach super aus. Den Strom bekommt diese Kamera von einem Solarpanel. Das heißt, da brauchen Sie auch den Akku nie aufzuladen. Der Akku selber, wenn keine Sonne scheint, reicht auch ein Jahr. Da sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Sie können alles sehen bei Tag und Nacht mit Nachtsicht, was sich vor dieser Kamera bewegt. Es hat Objekt-Tracking. Das heißt, es folgt dem Objekt, was sich vor der Kamera bewegt. Nimmt alles auf eine SD-Speicherkarte auf. Und Sie haben volle Kontrolle mit Gegensprechanlage. ZX 5034 und die 569 ist die Bestellung für unsere brandneue Kamera für den Außenbereich. Da müssen Sie sich um gar nichts mehr kümmern. Einfach nur anbringen da, wo Sie sie benötigen. An der Hauswand oder vielleicht auch an den Gartenzaun oder vielleicht an die kleine Gartenhütte. Und dann, mehr muss man nicht machen. Der Rest erledigt eigentlich das Tageslicht durch diese Solarzelle. Da ist dann alles gedacht. Denken Sie bitte auch daran, dass unsere TV-Sonderpreise, also die Preise, die Sie jetzt gerade eingeblendet gesehen haben, die sind immer nur zwei Stunden gültig. Danach zahlen Sie wieder den ganz regulären Katalogpreis. Und da sind die Preise immer ein bisschen teurer. Es lohnt sich also jetzt schnell zu sein und zuzugreifen. Die Telefonnummer ist die 0800 51 51 und 3 mal die 4. Sie dürfen natürlich auch gerne wie immer online bestellen unter www.pearl.tv. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Sie haben das wachsame Adlerauge.